Herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial mit dem Thema Durchpositionieren in der Designphase in 10 Minuten zum Erfolg. Dieser Fall beruht auf einem realen Patientenfall mit bestem Dank an unsere ZERG-Mentorin, Frau Dr. Friederike Fehrmann aus Heuchelheim. Zunächst schauen wir uns an, wie dieser Fall in der Administrationsphase angelegt wurde. Es handelt sich um eine Restauration des Zahns 1-3 nach endodontischer Behandlung. Als Designmodus wurde die Biogenerik individuell ausgewählt. In der Modellphase betrachten wir die einzelnen Aufnahmen, sodass Sie einen Eindruck der Situation erhalten. Als erstes den Oberkiefer nach Präparation. Danach den Unterkiefer. Und abschließend eine Aufnahme der Ausgangssituation vor Präparation. Hierfür haben wir in der Aufnahmephase einen zusätzlichen Bildkatalog mit der Bezeichnung Gengiva Maske Oka angelegt. Mit Hilfe dieses Bildkatalogs haben wir in der Designphase die Möglichkeit, die ZERG-Restauration mit der Ausgangssituation zu vergleichen. In der Modellphase haben wir zunächst die Modellachse eingestellt, den optionalen Schritt Trimmen und den Pflichtschritt Präparationsgrenze zeichnen ausgeführt. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Schritten erhalten Sie in weiteren ZERG-Videotutorials auf unserer Webseite my.zereg.com. Durch Klicken auf den Doppelpfeil gelangen wir zur nächsten Phase, der Designphase. Die ZERG-Software erstellt auf Basis des zuvor gewählten Designmodus Biogenerik individuell ein Initialvorschlag, welcher durch den Einsatz verschiedener Werkzeuge und Optionen in der Seitenpalette überarbeitet werden kann. Aber zunächst betrachten wir den Initialvorschlag aus verschiedenen Blickwinkeln. In der Designphase haben Sie unter anderem die Möglichkeit, Ihre Restauration vorab zu positionieren. Dabei handelt es sich um einen Schritt, welchen Sie erst durch die erweiterte Darstellung des Schrittmenüs auswählen können. Das Positionieren sollte immer vor Überarbeitung des Initialvorschlags stattfinden, da bereits vorgenommene Änderungen am Design wieder verworfen werden. Es ermöglicht uns, die Ausstellung des Eckzahns ohne Berücksichtigung des Präparationsrands als auch der Kontakte zu den Nachbarzähnen zu verändern. In diesem Schritt steht uns das Werkzeug Positionieren mit den beiden Optionen Positionieren und Rotieren als Ausgallieren zur Verfügung. Zunächst entfernen wir das Häkchen im Feld Eingeschränkte Übernahme, sodass ein neuer Initialvorschlag unabhängig von der zuvor gezeigten Zahnstellung berechnet wird. Wir starten mit dem Werkzeug Positionieren und Rotieren und ändern die Neigung der Restauration. Je nachdem aus welchem Blickwinkel Sie die Restauration betrachten, können Sie unterschiedliche Richtungspfeile zur Korrektur einsetzen. In der oklusalen Ansicht verlagern wir die Restauration insgesamt noch etwas nach Palatinal. Mit dem Werkzeug Skalieren passen wir die Größe der Restauration an. Hier stehen Ihnen wie zuvor verschiedene Richtungspfeile zur Verfügung. Wir verändern die Restauration in palatinaler als auch mesialer Richtung. Somit schließen wir die Lücke zwischen 1,2 und 1,3. Wir wechseln nochmals zurück zum Werkzeug Positionieren und Rotieren und verlagern die Restauration mit Hilfe der zirkulär ausgerichteten Hilfspfeile, sodass sich diese etwas mehr in die Zahnreihe eingliedert. Bevor wir zum nächsten Schritt wechseln und einen neuen Initialvorschlag berechnen lassen, betrachten wir die neu positionierte Restauration nochmals final aus verschiedenen Blickwinkeln. Durch klicken auf den nächsten Schritt, Restauration bearbeiten, berechnet die ZEREC Software auf Basis der vorgenommenen Änderungen einen neuen Initialvorschlag. Wir betrachten die neu berechnete Restauration, bevor wir weitere Anpassungen vornehmen. Durch das Positionieren haben wir bereits ein nahezu optimales Ergebnis erzielt. In diesem Stadium bietet es sich an, die ZEREC-Restauration in Relation zum Unterkiefer zu betrachten. Hierfür wählen wir in der Seitenpalette die Option Objekte anzeigen aus und klicken auf Unterkiefer. Zur Beurteilung der Dimensionen einer oder mehrerer Restaurationen speziell im Frontzahnbereich eignet sich das Analysewerkzeug Rastermodus. Durch klicken auf den kleinen Pfeil nach unten öffnet sich das Fenster zur Vollansicht und wir aktivieren den Rastermodus. Wir richten das 3D-Modell anhand der waagrechten und senkrechten Linien aus und können somit beispielsweise die Länge unserer Restauration im Vergleich zum kontralateralen Eckzahn, aber auch zu den Nachbarzehen überprüfen. Da die Restauration sich bereits optimal eingliedert und wir keine Änderungen bezüglich der Länge durchführen werden, deaktivieren wir wieder den Rastermodus und schließen unsere Analysewerkzeuge. Anschließend vergleichen wir die CEREC-Restauration mit der Ausgangssituation vor Präparation. Hierzu blenden wir den in der Aufnahmephase hinzugefügten Bildkatalog OKGingiva ein und betrachten die übereinandergelegten Scans aus verschiedenen Blickwinkeln. An einigen Stellen erkennen wir, dass die Ausgangssituation vor Präparation die neue Restauration durchdringt, und umgekehrt. Dies ist durch die lückenhafte Darstellung der CEREC-Restauration zu sehen. So haben Sie einen direkten Vergleich und können bei Bedarf Anpassungen vornehmen. Da die CEREC-Restauration unseren Vorstellungen entspricht, als auch der Ausgangssituation vor Präparation bezüglich der Länge sehr nahe kommt, deaktivieren wir den Bildkatalog OKGingiva als auch den Unterkiefer und fahren mit der Überprüfung der Kontaktpunkte fort. Eine Möglichkeit, um Approximalkontakte besser beurteilen zu können, ist die Sichtbarkeit der Restbezahnung inklusive des Modells herunterzusetzen. Durch Bewegen des Schiebereglers können Sie sich eine optimale Transparenz einstellen. Wir justieren das 3D-Modell in eine optimale Position und öffnen in der Seitenpalette unsere Werkzeuge. Speziell das Werkzeug Formen mit seinen drei Varianten Auftragen, Glätten und Abtragen eignet sich zur Modifizierung der Approximalkontakte. Das Werkzeug Auftragen ist aktiv und wir erzeugen als erstes eine größere Kontaktfläche. Mit Hilfe des Werkzeugs Glätten können wir Bereiche einebnen. Wir setzen die Größe des Einwirkungsbereichs etwas herunter und starten in kreisförmigen Bewegungen mit der Anpassung der Kontaktfläche. Unser Ziel ist es, final einen gleichmäßigen grünen Kontaktpunkt zu erreichen, daher wechseln wir zum Werkzeug Abtragen, reduzieren die Größe des Einwirkungsbereichs und tragen minimal Material ab. Nachdem wir nun den mesialen Kontaktpunkt angepasst haben, zeigen wir Ihnen eine Alternative zur Bearbeitung des distalen Kontaktpunkts. Wir setzen die Sichtbarkeit auf 100% zurück, klicken auf den kleinen Pfeil nach unten, um eine Vollansicht zu erhalten und aktivieren das in der Modellphase erzeugte getrimmte Modell. Somit erhalten wir auf diesem Weg eine direkte Ansicht auf unsere Restauration. Das Werkzeug Auftragen hilft uns zunächst ebenso den distalen Kontaktpunkt etwas zu vergrößern. Anschließend wechseln wir wie zuvor zum Werkzeug Glätten, vergrößern den Einwirkungsbereich und ebnen unsere Kontaktfläche bis wir ein optimales Ergebnis erhalten. Wir deaktivieren das getrimmte Modell und modifizieren final den Kontaktbereich zum Gegenkiefer. Da wir die starke Durchdringung reduzieren möchten, setzen wir das Werkzeug Abtragen ein. Wir passen die Größe des Einwirkungsbereichs etwas dem Durchmesser der starken Durchdringung an und reduzieren durch kreisförmige Bewegungen nach und nach die Kontaktfläche. und reduzieren durch Einzelklicks die Durchdringung. Wir wechseln zum Werkzeug Glätten und entfernen letzte Unebenheiten. Zur Überprüfung betrachten wir unsere Restauration nochmals aus verschiedenen Blickwinkeln. Da die CEREC-Restauration unseren Vorstellungen entspricht, schließen wir das Fenster Objekte anzeigen, deaktivieren das Werkzeug Formen und schließen auch dieses Fenster. Durch Klicken auf den Doppelpfeil gelangen wir zur Herstellungsphase. Bei dieser Restauration überprüfen wir lediglich die Position der Abstichstelle. Da die Abstichstelle optimal platziert ist, starten wir den Herstellungsprozess. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit CEREC. Vielen Dank für Ihr Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit CEREC. Yesen, nicht mehr als die Einzelküpfung. Es gibt so viele Einzelküpfung, wir sehen uns, wie es bei der Arbeit mit CEREC.